Nach ihrer Hochzeit 2022, Sängerin Lafay ist schwanger. Damit haben die Fans nicht gerechnet. 2006 erlangte Lafay, 32, die mit bürgerlichem Namen Christina Klein heißt, mit ihrem Song Virus deutschlandweit an Bekanntheit. Neben ihrer Gesangskarriere versuchte sich die Musikerin auch als Schauspielerin und war unter anderem in der Daily alles was zählt zu sehen. Ihr Privatleben hält die Heul-doch-Interpretin eher aus der Öffentlichkeit raus. Umso mehr überraschte sie die Fans mit romantischen Hochzeitaufnahmen im vergangenen August. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auch Tanja Shevchenko, 45, freut sich total für das Ehepaar. Ich flippe aus. Beste News. Hammer! Die Reaktionen zeigen deutlich, die große Überraschung auf allen Seiten. La Fee hat ihr süßes Geheimnis wohl schön im Privaten genossen.